Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder am Start und heute müssen wir auf dieser langen Straße hier ein paar unserer liebgewonnenen Skeffis erschießen. Sollen wir uns dafür auf die Straße lang laufen? Ich weiß es nicht. Ist ja zum Glück keiner da, der uns hinterhältig aus dem Gebirge erschießen kann. Aber was sagt die Uhr noch mal? Es ist... Ich sehe meine Uhr nicht richtig. Aber ich glaube es ist 6 Uhr. Ein paar zerquetschte 6.30 Uhr oder sonst irgendwas. Ob da schon Skeffis aufgestanden sind, die faulen Schweine. Ich habe auch seinen Kumpel. Nein, diese blöde Maus. Und das mache ich noch etwas. Soll ich es. Soll ich es. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 die ist ja man ist dann schon wieder 48 Der Erste frisch aus dem Bett geschlüpft und schon tot. Der Erste frisch aus dem Bett geschlüpft. Er verpisst sich. Erste frisch aus dem Bett geschlüpft. Erste frisch aus dem Bett geschlüpft. Boah, hatte ich mich jetzt erschrocken. Okay. Ich hab Long Road schon immer gehast, Alter. Wie willst du hier immer 15 Skeps zusammenkriegen, wenn keine Sau da ist, Alter? Hat das schon jemals einer am Stück geschafft? In der ersten Runde 2, jetzt 4. Oh, ey, wenn das so weitergeht, dann brauch ich ja mindestens noch 3 Runden. Das Gute hier ist ja, dass noch nicht mal andere Spieler da sind, die mir wegschießen. Dann wird das halt nicht komplette Null runter. Ja gut, hatte ich auch schon. Ja gut, machen wir uns los. Das war ja nichts. Das sieht sich nicht gut an. Okay. 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 Ich hoffe, der zählt noch, der alte Knabe. Na, hoch, hoch. Ja. Na, hoch, hoch. Na, hoch, hoch. Na, hoch, hoch. Na, hoch, hoch. Ich habe die Rechnung ohne den Matze gemacht. Ich habe die Rechnung ohne den Matze gemacht. Ich habe die Rechnung ohne den Matze. Ich habe die Rechnung ohne den Matze gemacht. 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 Oh, ich habe die Rechnung ohne den Matze gemacht. Ich habe die Rechnung ohne den Matze gemacht. Ich habe die Rechnung ohne den Matze gemacht. Ich komme hier nicht weg. Ich habe die Rechnung ohne den Matze gemacht. Das klappt, mir wird siehlich. Das war's für heute. War das jetzt der Idiot? Ich muss davor. Okay, das Ding über. Okay. 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 Den wirst du bestimmt auch nicht looten können, weil die sehen dich wieder und dann fahren sie hier hinter dir her, aber ich meine, wie weit höre ich sie denn reden, um Gottes Willen. Der hat dem die Waffe abgenommen. Das dumme Schwein. Der hat den geschreppt komplett. Was? Oh, ich hab's geschafft. Jetzt können wir ja direkt raus. Ich hab's. 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 Ich hab's.